Am 1. Oktober war der Ausgabetermin für die 100 Euro Münze UNESCO-Welterbe Dummze Speyer, die voraussichtlich letzte Münze der UNESCO-Serie, die im Jahr 2003 begann. Somit sind wir in diesem Jahr bei der 16. Ausgabe. Der Speyerer Dom, auch Kaiser- oder Mariendom genannt, ist ein imposantes Bauwerk mit einer Länge von 134 Metern, einer Breite von 37,6 Metern im Langhaus bzw. 14 Meter in der Mitte und einer Höhe von 71,2 Metern im höchsten Turm. Der offizielle Name des Speyerer Doms lautet Domkirche St. Maria und St. Stephan und er ist der größte erhaltene romanische Kirchenbau. Der Bau des Doms begann bereits im Jahr 1025, sodass auch bald der tausendste Geburtstag dieses Bauwerkes ist, allerdings im Laufe seiner Geschichte mehrfach um und wieder aufgebaut, sodass nicht jeder Stein mehr original ist. Nun noch ein paar Angaben zur Münze. Die Münze wird in allen fünf deutschen Prägestätten geprägt, also in Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg. Sie wird in Feingold geprägt mit einem Feingehalt von 999,9. Das Gewicht beträgt 15,55 Gramm, also eine halbe Unser Feingold, mit einem Durchmesser von 28 Millimetern und einem gerüffelten Rand. Die Auflage der Münze beträgt insgesamt 175.000 Stück, sodass auf jede Prägestätte 35.000 Stück entfallen. Der Künstler ist Bodo Proschart aus Berlin. So wie ich finde, ein gut gelungenes Ende für die UNESCO-Welterbe-Serie. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es im nächsten Jahr weitergehen? Wird es eine neue 100-Euro-Serie in Gold geben? Gibt es vielleicht etwas ganz anderes oder nur noch die 20 und die 50 Euro Münzen? Ich denke, da kann man gespannt sein. Vielleicht gibt es ja da noch etwas. Und ich würde erst einmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!